Okotje als Mittelfeldspieler, weil auch Säuml und Bukwa ausgefallen sind, Sturm erstmals unter Hüballer mit einem 4-2-3-1-System. Die erste brauchbare Szene haben die Burgenländer Eckballseidl und dann fahren grün und weiß am Ball vorbei. Die Mattersburger überhaupt mit einer Ausnahme vor der Pause, vor allem aus Standardsituationen gefährlich, nicht unbedingt aus dem Spiel. Auch Sturm zunächst mit einem Standard gefährlich. Michael Madl prüft erstmals Torhüter Thomas Borenic und der sollte eine halbe Minute später ein zweites Mal geprüft werden. Diesmal war die Geschichte vielleicht noch gefährlicher. Manuel Weber fängt einen Spielaufbau der Mattersburger ab, dann der tolle Haken und Borenic muss sich wieder lang machen, löst das aber bravourös. Die 23. Spielminute. Malic gegen Sukuta Basu. Der Bosnier lässt den Deutschen gewähren. Ein zweites Mal. Und da ist keiner. Und dann denkt sich Richard Sukuta Basu, na gut, dann schieße ich halt mein erstes Tor in Österreich. Und das hat er dann auch gemacht. Hier, Malic nicht entschlossen genug, foult den Deutschen auch nicht, wäre auch eine Lösung gewesen. Die anderen orientieren sich mehr an Okotie und nicht am späteren Torschützen. Und so geht Sturm. Nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt mit 1 zu 0 in Führung, weil die Grazer mehr Torschüsse und auch mehr Torchancen zu verzeichnen hatten. Die Antwort der Mattersburger folgt aber prompt. Manuel Prittl ist einmal zu bunt, haut drauf aus ziemlich großer Distanz und mit diesem Schuss hat dann Christian Kratzei auch seine Probleme. Die einzige gute Möglichkeit für Mattersburg aus dem Spiel heraus vor der Pause. Der Sturm dann mit der Flanke und ein Meteralarm im Strafraum schießt sich der Rechner, sagt Freistoß für Mattersburger und er hat wohl auch recht. Wir haben es uns mehrmals angesehen. Es sieht zwar beinahe so aus, als ob Malic hier Okotie, Mrabac hier Okotie zu Boden reißt, aber umgekehrt war es der Fall. Rodler mit dem Kopfball unmittelbar vor der Pause. Und Teamchef Koller wie vor einer Woche im Holzfäller-Look, ja das Karierte, hat wieder Saison. Die Mattersburger nach der Pause nicht wie Holzfäller, sondern eher wie Feinmechaniker. Manuel Prittl sieht, dass da auf der rechten Seite Farkasch völlig frei ist. Dann die Flanke zur Mitte und plötzlich ist der Ball im Tor, weil Bürger und Namoski das tun, wofür sie da sind. Nämlich den Ball Richtung Tor zu befördern. Schiedsrichterassistent Kartona hat recht, kein Abseits. Die Flanke von Manuel Seidel und dann Bürger mit dem Kopfball aufs Tor. In diesem Moment ist schon Namoski auf gleicher Höhe mit den Sturmspielern. Also korrekte Entscheidung hier, sieht man es. Burjadinovic sogar noch einen halben Schritt Richtung Tor im Vergleich zu Namoski. Der Ausgleich für die Burgenländer wenig später. Alarmstufe orange im Strafraum der Mattersburger. Zunächst scheitert Kröpfel, dann haut er da über den Ball drüber. Aber die Szene noch immer nicht vorbei. Kröpfel lauert ein drittes Mal, schließt ein zweites Mal ab und prüft erneut Thomas Borenic. Das war aber für lange Zeit die beste Szene von Sturm. Überhaupt die beste in der zweiten Hälfte. Denn es folgt wieder einmal eine tolle Schlussphase des SV Mattersburg. Richard Namoski bedient Thorsten Röcher. Der eingewechselte Offensivspieler hat dann aber nicht das Auge, wieder zu Namoski zurückzuspielen oder eventuell für Marvin Potsmann aufzulegen. Das war es aber noch lange nicht. Schlussphasen in Mattersburg haben sehr oft in sich. Namoski köpfelt da vor den Augen seines ehemaligen Mitspielers Didi Kühlbauer ehrenreich an. Glück für Sturm, dass Mattersburg nicht 2 zu 1 in Führung geht. Die 87. Minute. Iljo Namoski wurschtelt sich durch und schließt ab. Mattersburg dreht die Partie, geht kurz vor Schluss. Doch noch mit 2 zu 1 in Führung. Großer Jubel im Pappelstadion. Namoski ist ja ein Sturmspezialist, schießt sehr viele Tore immer wieder gegen Sturm und macht die Grazer zum wiederholten Male nass. Borenic der Ausgangspunkt mit einem weiten Abschlag. Dann beim Kopfball von Seidel, Thorsten Röcher nicht im Abseits. Das macht er gut, setzt sich zwar nicht wirklich durch. Der Ball kommt aber zu Namoski und der lässt dann die Sturmabwehr alt aussehen. wird nach seinem Doppelpack ausgewechselt und Florin Lohwin, der Rumäne, kommt in der 89. Minute für ihn. Lohwin wenige Sekunden auf dem Spielfeld. Wieder Thorsten Röcher, Bürger auf Lohwin und der Ball ist im Tor, die Partie entschieden. Und wieder einmal gibt es in der Tip 3 Bundesliga kein Unentschieden. Der steht zu diesem Zeitpunkt fest und der SV Mattersburg kann endlich wieder gegen Sturm Graz gewinnen. Weil Bürger nach dem Röcher-Zuspiel das gute Auge für Lohwin hat und weil der im Gegensatz zu seinen Kapfenberger Zeiten endlich einmal in Österreich trifft. Es ist sein erstes Bundesliga-Tor. Erstmals nach fünfeinhalb Jahren gewinnt Mattersburg also wieder gegen Sturm. Erstmals seit zweieinhalb Jahren dreht Mattersburg ein Spiel nach Pausenrückstand. Und das hat der SVM vor allem einem Mann zu verdanken, Roland Streins.